Hallo Klicksoom, hallo Tom Gerhardt. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste wäre, bist du in echt auch mit dem Himmi Sözer befreundet? Und die zweite Frage wäre, wie bist du auf diese Stimme gekommen wie bei Ballermann 6 und Fumma? Danke, das war's und viel Erfolg. Schöne Frage. Ja, erstmal Himmi Sözer. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wir haben uns gar nicht so oft privat gesehen, aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns eigentlich immer und verstehen es auch sehr gut. Er ist einfach ein guter Typ und wir haben uns das letzte Mal verabredet, dass wir endlich mal Backgammon zusammenspielen. Himmi meint, ich hätte überhaupt keine Chance, das wollen wir noch mal sehen, ich sehe das genau anders. Woher habe ich die Sprache von Vollnormal und Ballermann 6? Ich kann es dir sagen, es ist meine Mütze, die macht mich anders. Wenn ich sie aufsetze, dann ist irgendwie der andere blöde Typ, der vorher da war, weg. Und dann bin ich normal, dann bin ich so, wie jeder eigentlich sein soll. Also denke ich mir mal. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020